Das schwedische Zündholz von Anton Tschechow Am Morgen des 6. Oktober 1885 erschien in der Kanzlei des Amtshauptmanns des 2. Distrikts des Eschen Kreises Der junge Mann war blass und sehr aufgeregt, seine Hände zitterten und aus seinen Augen starrte der Schrecken Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen, fragte ihn der Amtshauptmann Psikow, der Gutsinspektor Klausoffs, Agronom und Mechaniker Der Amtshauptmann und die zur Hilfeleistung requirierten Leute fanden, als sie mit Psikow am Orte der Tat anlangten, Folgendes vor Um das Nebengebäude, in welchem Klausoff lebte, drängte sich eine Menge Volk Die Nachricht von dem Ereignis hatte schnell wie ein Blitz die ganze Umgegend durchflogen Und da der Tag ein Feiertag war, strömte das Volk aus allen umliegenden Dörfern zum Hause herbei Lärm und lautes Gerede erfüllten die Luft Hier und da sah man ein verweintes Gesicht Die Tür zu Klausoffs Schlafzimmer war verschlossen Der Schlüssel steckte von innen Offenbar waren die Übeltäter zu ihm durchs Fenster eingedrungen Bemerkte während der Besichtigung der Tür der zitternde Psikow Man begab sich in den Garten, nach welchem hinaus das Fenster des Schlafzimmers lag Das Fenster sah finster und unheilverkündend aus Es war geschlossen und mit einer grünen, verblichenen Gardine verhängt Die eine Ecke der Gardine war ein wenig zurückgeschlagen, sodass man in das Schlafzimmer hineinsehen konnte Hat jemand von euch schon zum Fenster hineingesehen? Fragte der Amtshauptmann Nein, euer Wohlgeboren, antwortete der Gärtner Jefrem Ein kleiner, weißhaariger Alter mit einem Unteroffiziersgesicht Wie kann man denn hineinsehen, wenn einem die Knie vor Schreck schlottern? Ach, Mark Iwanic, Mark Iwanic Seufzte der Amtshauptmann auf das Fenster blickend Habe ich dir nicht gesagt, dass du schlecht enden wirst Wolltest auf mich nicht hören Liederlichkeit hat noch nie zum Guten geführt Ohne Jefrem hätten wir es überhaupt nicht gemerkt, sagte Psikow Er war der Erste, der darauf verfiel, dass hier etwas nicht richtig sei Kommt heute Morgen zu mir und sagt Wie kommt es denn, dass unser gnädiger Herr so lange nicht aufwacht? Die ganze Woche schon ist er aus dem Schlafzimmer nicht hinausgekommen Wie er mir das sagte, traf es mich gleich wie ein Donnerkeil Gleich ging mir ein Gedanke durch den Kopf Er hat sich seit dem vorigen Sonnabend nicht gezeigt Und heute haben wir Sonntag, sieben Tage, das ist kein Spaß Ja, der Arme, seufzte nochmals der Amtshauptmann So ein kluger, gebildeter, gutmütiger Kerl Unter Brüdern kann man wohl sagen, der erste Mann Aber liederlich, Gott hab ihn selig Stjepan, wandte sich der Amtshauptmann an einen der requirierten Leute Fahr sofort zu mir hin und schicke Andriuszka zum Kreishauptmann Dass er es ihm melde Sage, Mark Ivanic ist ermordet Und siehe auch nach dem Wachtmeister, wo er denn steckt Er soll gleich herfahren Und selbst fahre dann möglichst schnell zum Untersuchungsrichter Nikolaj Jermalajic Und sage ihm, dass er herkommen soll Warte, ich will ihm einen Brief schreiben Der Amtshauptmann stellte um das Haus Wächter auf Schrieb an den Untersuchungsrichter einen Brief Und ging zu dem Gutsinspektor Tee trinken Zehn Minuten später saß er auf einem Taburett Biss vorsichtig kleine Stückchen Zucker ab Und schluckte den siedend heißen Tee Ja, sprach er zu Psikow Ja, ein Edelmann, ein reicher Mensch Ein Liebling der Götter, kann man wohl mit Buschkin sagen Und was ist aus ihm geworden? Nichts, trank, führte ein lasterhaftes Leben Und ist nun ermordet Nach zwei Stunden kam der Untersuchungsrichter angefahren Nikolaj Jermalajic Tchubikow Der Untersuchungsrichter war ein hoher, stämmiger, alter Herr Von etwa 60 Jahren Der seine Tätigkeit schon seit einem Vierteljahrhundert ausübte Und im ganzen Kreise als ein ehrlicher, kluger, energischer Und seinem dienstergebner Beamter bekannt war Mit ihm war auch sein ständiger Begleiter gekommen Sein Gehilfe und Schriftführer Djukowski Ein schlanker junger Mann von 26 Jahren Ist es möglich, meine Herren, begann Tchubikow In Tchirkovs Zimmer tretend Und den Anwesenden flüchtig die Hände drückend Ist es möglich, Mark Ivanovic, ermordet Nein, das kann nicht sein Unmöglich Ja, was wollen Sie, seufzte der Amtshauptmann Herrgott, ich habe ihn doch am vorigen Freitag auf dem Jahrmarkt in Tarabankow gesehen Ich trank mit ihm dort, mit Verlaub zu sagen, einen Schnaps Ja, was soll man machen, seufzte nochmals der Amtshauptmann Mann seufzte und klagte, trank ein Glas Tee und begab sich nach dem Hause des Ermordeten Aus dem Wege schrie der Polizeiwachtmeister das Volk an Im Hause angelangt, nahm der Untersuchungsrichter vor allem eine Besichtigung der Tür zu dem Schlafzimmer vor Es ergab sich, dass die Tür aus Fichtenholz gelb gestrichen und unbeschädigt war Irgendwelche besonderen Merkmale, die irgendeinen Hinweis geben könnten, wurden nicht gefunden Man ging an das Erbrechen der Tür Ich bitte, meine Herren, dass sich die Überflüssigen entfernen, sagte der Untersuchungsrichter Als die Tür nach langem Klopfen und Krachen dem Beil und dem Stemmeisen wich Ich bitte dieses im Interesse der Untersuchung Wachtmeister, niemand einlassen Tschubikow, sein Gehilfe und der Amtshauptmann öffneten die Tür und betraten unschlüssig Einer nach dem anderen das Schlafzimmer Ihren Augen zeigte sich folgendes Bild An dem einzigen Fenster stand ein großes, hölzernes Bett mit einem riesigen Federpfühl Auf dem zerdrückten Pfühl lag eine verknüllte Decke Das ebenfalls stark zerknüllte Kopfkissen lag auf der Diele Auf dem Betttischchen befanden sich eine silberne Uhr, ein silbernes 20-Kopäken-Stück und Schwefelhölzchen Außer dem Bett, dem Tischchen und einem einzigen Stuhl waren im Zimmer weiter keine Möbel Als der Amtshauptmann einen Blick unter das Bett warf, sah er dort etwa zwei Dutzend leere Flaschen Einen Strohhut und eine große Pulle Schnaps Unter dem Tischchen fand man einen mit Staub bedeckten Stiefel Nachdem der Untersuchungsrichter nochmals einen forschenden Blick über das Zimmer geworfen hatte, wurde er dunkelrot und zog die Augenbrauen zusammen »Die Kanalien!«, murmelte er die Fäuste ballend. »Und wo ist denn Mark Iwanitsch?«, fragte leise Tsiukowski. »Ich verbitte mir, daß Sie sich einmischen«, sagte ihm Tsiubikow scharf. »Untersuchen Sie gefälligst die Diele.« »Das ist der zweite Fall in meiner Praxis«, »Jewgraf Kuzmitsch«, wandte er sich mit gesenkter Stimme an den Amtsrichter. »Im Jahre 1870 hatte ich einen eben solchen Fall.« »Sie entsinnen sich übrigens wohl.« »Die Ermordung des Kaufmanns.« Dort war es auch so. Die Kanalien hatten ihn ermordet und die Leiche zum Fenster hinausgeschleppt. Tsiubikow trat ans Fenster, zog den Vorhang vorweg und stieß vorsichtig gegen das Fenster. Das Fenster öffnete sich. Es öffnet sich. Also war es nicht geschlossen. Auf dem Fensterbrett sind Spuren. Können Sie sehen, hier sind die Spuren vom Knie. Hier ist also jemand eingestiegen. Man wird das Fenster ordentlich untersuchen müssen.« »Auf der Diele ist nichts Besonderes zu entdecken«, sagte Tsiukowski. »Weder Flecke noch Schrammen. Nur ein abgebranntes schwedisches Zündhölzchen habe ich gefunden. Hier ist es. Soviel ich weiß, hat Mark Iwanic nicht geraucht. Sonst aber pflegte er immer Schwefelhölzer zu gebrauchen und niemals schwedische Zündhölzchen. Dieses Zündholz wird unter Umständen als Beweis dienen können.« »Ach, schweigen Sie doch bitte«, sagte der Untersuchungsrichter mit einer Handbewegung. »Kommt da mit seinem Zündholz.« »Ich leide keine Hitzköpfe.« »Anstatt Zündhölzchen zu sehen.« »Ach, schweigen Sie doch bitte«, sagte der Untersuchungsrichter mit einer Handbewegung. »Untersuchen Sie lieber das Bett.« Nach der Besichtigung des Bettes meldete Tsiukowski. »Weder Blut noch sonst irgendwelche Flecke. Auch keine neuen Risse. An dem Kissen sieht man Spuren von Zähnen. Die Decke ist mit einer Flüssigkeit begossen, die den Geruch von Bier und den nämlichen Geschmack hat. Das Gesamtaussehen des Bettes lässt die Annahme zu, dass sich ein Kampf auf demselben abgespielt hat.« »Ein Kampf, das weiß ich auch ohne Sie.« »Ich frage Sie nicht nach dem Kampfe. Anstatt nach dem Kampf zu suchen, sollten Sie lieber...« »Der eine Stiefel ist hier, während der andere fehlt.« »Nun, und was ist denn dabei?« »Das, dass man ihn erwürgt hat, während er sich die Stiefel auszog. Er hatte nicht Zeit, den anderen Stiefel auszuziehen, als...« »Na, jetzt legt er los, und woher wissen Sie denn, dass er erwürgt worden ist?« »Die Spuren der Zähne auf dem Kissen.« »Das Kissen selbst ist stark verknüllt und liegt zweieinhalb Arschien weit vom Bett.« »Geschwätz! Gehen wir lieber in den Garten. Anstatt hier zu stöbern, sollten Sie lieber im Garten nachsehen. Hier werde ich auch ohne Sie fertig.« »Sehr gut, also hatten Sie einen blauen Anzug.« »Einige Distelköpfe wurden abgeschnitten und sorgfältig in Papier gehüllt.« In diesem Augenblick kamen der Kreishauptmann Arzibaschiev Swistakovsky und der Arzt Tchutchuiev an. Der Kreishauptmann begrüßte die Anwesenden und begann sofort, seine Neugierde zu befriedigen. Der Doktor dagegen, ein langer und außerordentlich hagerer Mann mit eingefallenen Augen, einer langen Nase und spitzen Kinn, begrüßte sich mit niemand und fragte nach nichts, sondern setzte sich auf einen Baumstumpf und sprach mit einem Seufzer. »Und die Serben sind wieder in Aufruhr. Was sie wollen, verstehe ich nicht. Österreich, Österreich, das werden wohl deine Stückchen sein.« Die Besichtigung des Fensters von außen ergab absolut nichts. Die Besichtigung des Grases und der nächsten Gebüsche dagegen gab der Untersuchung viele wertvolle Winke. Tchutchkovsky gelang es zum Beispiel, im Grase einen langen, dunklen Streifen zu entdecken, der aus Flecken bestand und sich vom Fenster einige Faden weit in den Garten zog. Der Streifen endete unter einem Fliederbusch mit einem großen, dunkelbraunen Fleck. Unter dem nämlichen Busch wurde ein Stiefel gefunden, der mit dem im Schlafzimmer befindlichen ein Paar ergab. »Das ist altes Blut«, sagte Tchutchkovsky, die Flecken betrachtend. Bei dem Worte »Blut« erhob sich der Doktor und warf faul und oberflächlich einen Blick auf den Flecken. »Ja, Blut«, murmelte er. »Also nicht erwürgt, wenn das hier Blut ist«, sagte Tchutchkov mit einem ironischen Blick auf Tchutchkovsky. »Im Schlafzimmer wurde er erwürgt, und hier hat man ihm aus Furcht, dass er wieder auflebe, mit irgendetwas Scharfem einen Schlag versetzt. Der Fleck unter dem Strauch zeigt, dass er hier verhältnismäßig lange gelegen hat, während sie nach Mitteln suchten, ihn aus dem Garten hinauszuschleppen.« »Und der Stiefel«, »dieser Stiefel bestätigt nur meine Ansicht, dass sie ihn ermordet haben, während er sich vor dem Schlafengehen die Stiefel auszog. Den einen Stiefel hatte er ausgezogen, und den anderen, diesen hier, hatte er noch zur Hälfte an. Der halb ausgezogene Stiefel fiel während des Schüttelns und des Falls von selbst vom Fuße ab.« »Kolossal gescheit«, lächelte Tchutchkov. »Nur immer drauf los. Wann werden Sie es sich eigentlich abgewöhnen, sich mit Ihren Räsonements aufzudrängen? Anstatt zu räsonieren, nehmen Sie lieber etwas von dem befleckten Gras.« Nach der Besichtigung der Gegend und Aufnahme eines Planes derselben begab sich die Gesellschaft zu dem Gutsinspektor, um das Protokoll aufzusetzen und ein Frühstück einzunehmen. Während des Frühstücks wurde ein lebhaftes Gespräch geführt. »Die Uhr, das Geld und so weiter, alles ist da«, begann Tchutchubikow. »Es ist so sicher, wie zweimal zwei vier ist, dass hier kein Raubmord vorliegt.« »Und, dass der Mord von einer intelligenten Person vollführt worden ist«, schob Tchutchowski ein. »Woraus schließen Sie das? Ich habe zu meiner Unterstützung ein schwedisches Zündholz, wie solche unter den Bauern der hiesigen Gegend völlig unbekannt sind. Derartige Zündhölzchen verwenden hier nur die Gutsbesitzer und auch die nicht mal alle. Ausgeführt wurde der Mord übrigens nicht von einer, sondern von mindestens drei Personen. Zwei hielten ihn und der dritte würgte. Klausow war stark und die Mörder mussten das wissen. »Was konnte ihm seine Kraft nützen, wenn er, sagen wir, schlief?« »Die Mörder überfielen ihn beim Stiefel ausziehen. Wenn er sich die Stiefel auszog, konnte er also nicht schlafen.« »Na, reden Sie keinen Unsinn, essen Sie lieber.« »Und nach meinem Verstande, euer Wohlgeboren«, sagte der Gärtner Jefrem, den Samowar auf den Tisch setzend, »hat diese Schweinerei niemand anderes als Nikolaschka gemacht.« »Sehr möglich«, sagte Psikow. »Wer ist denn dieser Nikolaschka?« »Der Kammerdiener des gnädigen Herrn, euer Wohlgeboren«, antwortete Jefrem. »Wer anders als er? Ein Räuber ist er, euer Wohlgeboren, ein Säufer und Liderjan, das Gott bewahre.« »Er brachte dem gnädigen Herrn immer den Schnaps hin. Er legte ihn zu Bett. Wer soll es denn sein, wenn nicht er? Und einmal, wenn ich es wagen darf, euer Wohlgeboren zu melden, hat er im Kruge renommiert, dass er den gnädigen Herrn totschlagen wird. Wegen Akulka war das, wegen eines Frauenzimmers. Er hatte so ein Soldatenweib. Dem gnädigen Herrn hatte sie gefallen, und er hatte sie zu seiner Person emporgehoben. »Nun und dieser? Natürlich war wütend. Eben liegt er betrunken in der Küche, weint und lügt, dass der gnädige Herr ihm Leid täte.« »Das stimmt. Wegen der Akulka kann man schon wütend werden«, sagte Psikow. »Sie ist zwar ein Soldatenweib, eine Bäuerin, aber. Nicht umsonst hatte Mark Ivanich ihr den Namen Nana gegeben. Sie hat so etwas, was an die Nana erinnert, so etwas Anziehendes.« »Ich habe sie gesehen, ich weiß«, sagte der Untersuchungsrichter, sich in sein rotes Taschentuch schnaubend. Djokowski wurde rot und senkte den Blick. Der Amtshauptmann begann mit dem Finger auf der Untertasse zu trommeln. Der Kreishauptmann hustete und suchte etwas in seinem Portfolio. Nur auf den Doktor allein schien die Erwähnung Akulkas und Nanas durchaus keinen Eindruck gemacht zu haben. Der Untersuchungsrichter befahl, Nikolaschka zu holen. Nikolaschka, ein junger, langer Bursche mit pockennarbiger Nase und eingefallener Brust, in einem abgelegten Rock seines Herrn trat in das Zimmer und verbeugte sich vor dem Untersuchungsrichter bis zur Erde. Sein Gesicht war verschlafen und verweint. Er selbst war betrunken und stand kaum auf den Beinen. »Wo ist der gnädige Herr?«, fragte ihn Tschubikow. »Ermordet, euer Wohlgeboren!« Nachdem er dieses gesagt, begann er mit den Augen zu zwinkern und fing an zu weinen. »Dass er ermordet ist, wissen wir. Wo ist er aber jetzt? Wo ist seine Leiche?« »Man sagt, dass er zum Fenster herausgeschleppt und im Garten vergraben worden sei.« »Hm, die Resultate der Untersuchung sind schon auf der Küche bekannt. Schlimm! Wo warst du denn, mein Lieber, in der Nacht, als der gnädige Herr ermordet wurde, am Sonnabend also?« Nikolaschka hob den Kopf, steckte den Hals aus und begann zu denken. »Das kann ich nicht sagen, euer Wohlgeboren!«, antwortete er. »Ich war betrunken und erinnere mich dessen nicht mehr.« »Alibi!«, flüsterte Djukowski lächelnd und sich die Hände reibend. »So, nun, und woher kommt denn das Blut unter dem Fenster des gnädigen Herrn?« Nikolaschka hob wieder den Kopf und verfiel wieder in Gedanken. »Denke schneller!«, sagte der Kreishauptmann. »Gleich. Das Blut ist von einem Strunt, euer Wohlgeboren. Ich schlachtete ein Huhn. Ich schlachtete es. Ganz einfach, wie gewöhnlich. Das Huhn aber riss sich los. Und lief davon. Daher kommt auch das Blut.« Ephraim bezeugte, dass Nikolaschka in der Tat jeden Abend Hühner schlachtet, und zwar an verschiedenen Stellen. Dass ein halb geschlachtetes Huhn im Garten umhergelaufen sei, habe niemand gesehen. Die Möglichkeit könne allerdings nicht bestritten werden. »Alibi!«, lächelte Djukowski. »Und was für ein blödsinniges Alibi!« »Hast du mit Akulka was zu tun gehabt?« »Wer ist ohne Sünde?« »Und der gnädige Herr hat sie dir abspenstig gemacht?« »Nein! Akulka hat mir der Herr hier, Herr Psikow, Ivan Mikhailitsch, abspenstig gemacht, und der gnädige Herr hat sie dann Ivan Mikhailitsch abgenommen.« »So war die Sache!« Psikow wurde verlegen und begann sich das linke Auge zu reiben. Djukowski zog sich mit den Augen an ihm fest, bemerkte seine Verlegenheit und zuckte zusammen. Er sah, dass der Inspektor blaue Hosen anhatte, die er früher übersehen hatte. Die Hosen erinnerten ihn an die blauen Fädchen, die er am Distelstrauch gefunden. Auch Tchubikow warf einen verdächtigen Blick auf Psikow. »Kannst gehen«, sagte er zu Nikolaschka. »Und jetzt gestatten Sie mir eine Frage, Herr Psikow. Sie waren natürlich den Abend von Sonnabend auf Sonntag hier?« »Ja, um zehn Uhr aß ich mit Mark Ivanitsch zu Abend.« »Und nachher?« Psikow wurde verlegen und stand auf. »Nachher... nachher... ich weiß wirklich nicht«, stammelte er. »Ich hatte damals viel getrunken. Ich erinnere mich nicht mehr, wo und wann ich eingeschlafen bin. Was stieren Sie mich denn alle so an, als wenn ich ihn ermordet hätte?« »Wo erwachten Sie denn?« »Ich wachte auf... in der Gesindeküche auf der Ofenpritsche. Alle können das bezeugen. Wie ich auf den Ofen gekommen bin, weiß ich nicht. Regen Sie sich nicht auf. Kannten Sie Akulka?« »Dabei ist nichts Besonderes.« »War sie von Ihnen an Klausow übergegangen?« »Ja, Jefrem, bringe noch Pilze. Wünschen Sie Tee, Jevgraf Kuzmitsch?« Es trat ein drückendes, peinliches Schweigen ein, das ungefähr fünf Minuten währte. Tchukowski schwieg und wandte nicht den stechenden Blick von dem bleichen Gesicht Psikovs. Das Schweigen unterbrach der Untersuchungsrichter. »Man wird wohl in das große Haus hinübergehen müssen, um dort mit der Schwester des Verstorbenen, Maria Ivanovna, zu sprechen. Vielleicht kann sie uns irgendeinen Hinweis geben.« Tchukow und sein Gehilfe bedankten sich für das Frühstück und begaben sich nach dem herrschaftlichen Hause. Die Schwester Klausows, Maria Ivanovna, eine 45-jährige Jungfrau, trafen sie vor einem altertümlichen Heiligenschrein betend an. Als sie in den Händen der Gäste die Portefeuys und Mützen mit Kokarden bemerkte, erbleichte sie. »Ich muss vor allem um Verzeihung bitten, dass wir sie sozusagen in ihrer Andacht stören,« begann mit einem Kratzfuß der galante Tchubikow. »Wir kommen zu Ihnen mit einer Bitte. Sie haben natürlich schon gehört, es existiert der Verdacht, dass Ihr Herr Bruder gewissermaßen ermordet. Das ist nun mal Gottes Wille. Dem Tode entgeht niemand, weder König noch Bauer. »Können Sie uns nicht mit irgendeinem Hinweis, einer Aufklärung, zu Hilfe kommen?« »Ach, fragen Sie mich nicht,« sagte Maria Ivanovna, noch bleicher werdend und das Gesicht mit den Händen verdeckend. »Ich kann Ihnen nichts sagen. Nichts! Ich bitte Sie, nichts! Was kann ich? Ach, nein, nein, nicht ein Wort über meinen Bruder! Wenn ich auch sterbe, sage ich nichts!« Maria Ivanovna begann zu weinen und ging ins andere Zimmer hinaus. Der Untersuchungsrichter und sein Gehilfe sahen sich an, zuckten die Achseln und retirierten sich. »Ein Teufelsfrauenzimmer«, fluchte Tchukowski, als er aus dem großen Hause trat. »Augenscheinlich weiß sie etwas und verheimlicht es. Und auch das Stubenmädchen machte so ein Gesicht.« »Wartet, ihr Teufel! Werden schon alles herauskriegen!« Am Abend fuhren Tchubikow und sein Gehilfe von dem bleichgesichtigen Monde beleuchtet nach Hause. Sie saßen im Charabonks und zogen in Gedanken die Summe ihrer heutigen Beobachtungen. Sie waren beide ermüdet und schwiegen. Tchubikow liebte überhaupt nicht, unterwegs zu sprechen. Der Schwätzer Tchukowski aber schwieg dem Alten zu gefallen. Am Ende des Weges hielt jedoch der Gehilfe das Schweigen nicht mehr aus und begann, »Dass Nikolaschka an dieser Sache beteiligt ist, non dubitandum est.« Man sieht es ihm an der Fratze an, was er für ein Kerl. Das Alibi verrät ihn ganz und gar. Es ist auch kein Zweifel, dass er nicht der Initiator der Sache ist. Er war nur ein dummes, gedungenes Werkzeug, nicht wahr? Auch der bescheidene Psekow spielt dabei nicht die letzte Rolle. Die blauen Hosen, seine Verlegenheit, das sich vor Furcht auf den Ofen verkriechen nach dem Morde, das Alibi und Akulka. Na, wieder die Schleusen geöffnet. Ihrer Ansicht nach ist also jeder, der Akulka gekannt hat, der Mörder. So ein Hitzkopf. An der Saugflasche sollten sie lutschen und nicht Untersuchungen führen. Sie haben ja auch der Akulka den Hof gemacht. Also sind auch sie in die Sache verwickelt. Auch bei ihnen hat Akulka einen Monat lang als Köchin gelebt. Aber ich sage nichts. In der Nacht auf Sonntag spielte ich mit ihnen Karten, habe sie also gesehen, sonst hätte ich mich auch an sie gemacht. Es handelt sich auch gar nicht um das Frauenzimmer. Es handelt sich um ein niederes, gemeines Gefühlchen. Dem bescheidenen jungen Manne gefiel es nicht, verstehen Sie, dass nicht er die Oberhand behielt. Eigenliebe, verstehen Sie, wollte sich rächen. Und dann seine dicken Lippen zeugen von großer Sinnlichkeit. Erinnern Sie sich, wie er mit den Lippen schmatzte, als er die Akulka mit Nana verglich? Dass der Kerl vor Leidenschaft vergeht, ist klar. Also verletzte Eigenliebe und unbefriedigte Leidenschaft. Das genügt, um einen Mord zu begehen. Zweie wären also in unseren Händen. Wer aber ist der Dritte? Nikolaschka und Psikov hielten. Wer erdrosselte ihn? Psikov ist schüchtern, leicht verlegen, überhaupt ein Feigling. Leute aber wie Nikolaschka verstehen, nicht mit Kissen als Mordwerkzeug zu hantieren. Sie arbeiten mit Beilen, Knüppeln. Das Erdrosseln hat also ein anderer besorgt. Aber wer? Tsiukovsky rückte den Hut in die Stirn und verfiel in Gedanken. Er schwieg so lange, bis der Charabonks vor dem Hause des Untersuchungsrichters hielt. Heureka, rief er, das Haus betretend und seinen Überzieher ablegend. Heureka, Nikolai Jermalajic, ich begreife nicht, wie mir das früher nicht einfiel. Wissen Sie, wer der Dritte gewesen? Lassen Sie mich in Ruhe, der Tisch ist gedeckt. Kommen Sie zum Abendessen. Der Untersuchungsrichter und Tsiukovsky setzten sich an den Tisch. Tsiukovsky goss sich ein Gläschen Schnaps ein, stand auf, warf sich in die Brust und sagte augenfunkelnd, »Also hören Sie, der Dritte, der gemeinsam mit dem Schurken Tsiukov am Mord beteiligt ist und der Klausow mit dem Kissen erstickt hat, war ein Weib. Jawohl, ich meine, die Schwester des Ermordeten, Maria Ivanovna.« Tsiukov verschluckte sich am Schnaps und stierte Tsiukovsky verständnislos an. »Sie sind wohl Sie. Ihr Kopf schmerzt Ihnen wohl?« »Ich bin gesund. Gut, mag ich verrückt sein. Aber wie wollen Sie sich Ihre Verlegenheit bei unserem Besuch erklären? Wie wollen Sie sich Ihre Weigerung erklären, irgendeine Aussage zu machen? Nehmen wir an, dass das alles keine Bedeutung hat. Gut, schön. Denken Sie aber dann an Ihre gegenseitigen Beziehungen. Sie hasste Ihren Bruder. Sie gehört zur Sekte der Altgläubigen. Er war ein Wüstling, ein Atheist. Das also, die Quelle des Hasses. Man erzählt sich, dass es ihm gelungen war, ihr einzureden, dass er ein Engel Satans sei. In Ihrer Gegenwart pflegte er spiritistische Experimente zu machen. Nun, und? Sie begreifen noch nicht, Sie, ein Altgläubiger, hat ihn aus Fanatismus ermordet. Und dass sie ihn, das Unkraut, den Wüstling getötet und so die Welt von dem Antichrist befreit hat, hält sie für ein Verdienst, für eine religiöse Heldentat. Oh, Sie kennen diese altgläubigen alten Jungfern nicht. Lesen Sie mal Dostoyevsky. Und was schreiben Lieskow, Petschersky? Sie und sie war es. Ich wette mein Leben darauf. Sie hat ihn erstickt. Oh, das geriebene Frauenzimmer. Stand sie nicht deswegen vor den heiligen Bildern, als wir eintraten, um uns zu täuschen? Werden mich mal hinstellen und beten. Dann werden sie glauben, dass ich ruhig bin und sie nicht erwartet habe. Das ist die Methode aller Verbrecherneulinge. Nikolai Jermalajic, mein Lieber, mein Treuer, übergeben Sie diese Sache mir. Lassen Sie mich dieselbe persönlich zu Ende führen. Mein Lieber, ich habe sie begonnen. Ich will sie auch zu Ende führen. Tschubikow machte mit dem Kopf eine abweisende Bewegung und zog die Augenbrauen zusammen. Wir verstehen auch selbst schwierige Sachen zu entwirren, sagte er. Und Ihre Sache ist, die Nase nicht in Dinge zu stecken, die Sie nichts angehen. Schreiben Sie nach Diktat, wenn man Ihnen diktiert. Das ist Ihre Sache. Tchukowski flammte auf, ging hinaus und schlug die Tür hinter sich zu. Ein kluger Kopf, so eine Kanalle, murmelte Tschubikow ihm nachblickend. Ein sehr gescheiter Kerl, nur zu unzeithitzig. Ich werde ihm auf dem Jahrmarkt ein Zigarrenetui als Dedikation kaufen müssen. Am anderen Morgen wurde dem Untersuchungsrichter aus dem Gute Klerusowka, ein junger Bursche mit großem Kopf und einer Hasenscharte vorgeführt, der sich der Hirt Danilka nannte und eine sehr interessante Aussage machte. Ich war etwas angetrunken, sagte er. Bis um Mitternacht war ich bei der Gefatterin gewesen. Auf dem Heimwege stieg ich in betrunkenem Zustande in den Fluss, um zu baden. Ich bade also. Plötzlich gehen über den Damm zwei Menschen und tragen etwas Schwarzes. Tchuuu, schreie ich sie an. Die kriegen einen Schreck und rannten, was sie konnten, auf die Makarjev'schen Gemüsegärten zu. Gott straf mich, wenn da nicht der gnädige Herr geschleppt worden war. Abends am selben Tage wurden Psikow und Nikolaschka arretiert und unter Eskorte in die Bezirksstadt transportiert. In der Stadt wurden sie ins Gefängnis gesperrt. Zwölf Tage waren vergangen. Es war am Morgen. Der Untersuchungsrichter Nikolaj Jermalajic saß bei sich zu Hause am grünen Tisch und blätterte in den Klausowschen Akten. Tchukowski schritt unruhig wie ein Wolf im Käfig aus einer Ecke in die andere. Sie sind von der Schuld Nikolaschkas und Psikows überzeugt, sprach er, nervös an seinem jungen Bärtchen zupfend. Warum wollen Sie sich denn nicht von der Schuld Maria Ivanovnaz überzeugen? Haben Sie denn noch nicht genügend Beweise? Ich sage nicht, dass ich nicht überzeugt bin. Ich bin überzeugt, aber ich mag nicht recht daran glauben. Es sind keine rechten Beweise da, sondern nur Philosophien, Fanatismus und so weiter. Sie müssen natürlich ein Beil, blutige Betttücher haben. Juristen, ich werde es Ihnen also beweisen. Sie werden dann schon aufhören, die psychische Seite der Sache so oberflächlich zu behandeln. Ihre Maria Ivanovna kommt nach Sibirien. Ich werde es beweisen. Wenn die Philosophie bei Ihnen nicht anschlägt, so habe ich auch etwas Konkreteres. Das wird Ihnen zeigen, wie recht ich mit meiner Philosophie hatte. Lassen Sie mich nur etwas herumfahren. Was meinen Sie denn damit? Das schwedische Zündholz. Das haben Sie wohl vergessen? Ich nicht. Ich werde es herausbekommen, wer das Zündholz im Zimmer des Ermordeten angezündet hat. Es ist nicht Nikolaschka, nicht Psikov gewesen, bei denen bei der Untersuchung solche Zündhölzer nicht vorgefunden wurden, sondern ein Dritter, das heißt Maria Ivanovna, und ich werde das beweisen. Lassen Sie mich nur im Bezirk herumfahren, nachforschen. Na gut. Setzen Sie sich. Wollen wir mit dem Verhör beginnen? Tsiukovsky setzte sich an den Tisch und steckte seine Nase in die Akten. Nikolai Tietjov soll vorgeführt werden, rief der Untersuchungsrichter. Nikolaschka wurde vorgeführt. Nikolaschka war bleich und dürr wie ein Holzspan. Er zitterte. Tsiukov, begann Schubikov. Im Jahre 1879 wurden Sie von dem Richter des ersten Bezirks wegen Diebstahl zu Gefängnishaft verurteilt. Im Jahre 1882 kamen Sie zum zweiten Mal wegen Diebstahl ins Gefängnis. Wir wissen alles. Das Gesicht Nikolaschkas drückte Verwunderung aus. Die Allwissenheit des Untersuchungsrichters machte ihn staunen. Aber bald ging der Ausdruck des Erstaunens in äußerste Betrübtheit über. Er begann zu schluchzen und bat um Erlaubnis, sich waschen und beruhigen zu dürfen. Er wurde abgeführt. Tsiukov soll vorgeführt werden, befahl der Untersuchungsrichter. Tsiukov trat ein. Der junge Mann hatte sich in den letzten Tagen im Gesicht stark verändert. Er war mager und bleich geworden und die Wangen waren eingefallen. Aus seinen Augen sprach Apathie. »Setzen Sie sich, Tsiukov«, sagte Tsiukov. »Ich hoffe, dass Sie heute vernünftig sein und nicht lügen werden, wie die letzten Male. An allen jenen Tagen leugneten Sie Ihre Beteiligung an der Ermordung Klausows, trotz der Menge von Beweisen, die gegen Sie sprachen. Das ist unvernünftig. Das Geständnis mindert die Schuld. Heute rede ich mit Ihnen zum letzten Mal. Wenn Sie heute nicht gestehen, so wird es morgen schon zu spät sein. Nun erzählen Sie uns. Ich weiß nichts. Und kenne auch Ihre Beweise nicht, flüsterte Tsiukov. Schade. Nun, dann gestatten Sie, dass ich es Ihnen erzähle, wie die Sache war. Am Sonnabendabend saßen Sie im Schlafzimmer Klausows und tranken mit ihm Schnaps und Bier. Tsiukovsky durchbohrte Tsiukov mit seinem Blick, den er von ihm im Verlaufe des ganzen Monologs nicht wandte. Nikolai bediente sie. Bald nach zwölf Uhr äußerte Mark Ivanovic den Wunsch, zu Bette zu gehen. Um diese Zeit pflegte er, immer schlafen zu gehen. Während er sich die Stiefel auszog und ihnen dabei Instruktionen bezüglich der Wirtschaft erteilte, ergriffen sie und Nikolai auf ein gegebenes Zeichen ihren halb betrunkenen Herrn und warfen ihn auf das Bett. Einer von ihnen setzte sich ihm auf die Füße, der andere auf den Kopf. In diesem Augenblick trat von dem Flur aus eine ihnen bekannte Frau im schwarzen Kleide ein, die sich mit ihnen vorher bezüglich ihrer Teilnahme an dieser verbrecherischen Tat verabredet hatte. Sie ergriff ein Kissen und begann ihn damit zu drosseln. Während des Kampfes verlöschte das Licht. Die Frau nahm aus der Tasche eine Schachtel schwedischer Zündhölzer und zündete das Licht wieder an, nicht wahr? Ich sehe es ihnen am Gesicht an, dass ich die Wahrheit erzähle. Aber weiter. Als er erstickt war und sie sich überzeugt hatten, dass er nicht mehr atme, schleppten sie und Nikolai ihn zum Fenster hinaus und legten ihn bei dem Distelstrauch nieder. In der Furcht, dass er nicht etwa wieder auflebe, versetzten sie ihm einen Schlag mit irgendeinem scharfen Gegenstand. Dann trugen sie ihn weiter und legten ihn für eine Zeit unter den Fliederbusch. Nachdem sie sich ausgeruht und überlegt hatten, nahmen sie ihn wieder auf. Sie schleppten ihn über den Zaun hinüber, dann gingen sie den Weg entlang. Darauf kam der Damm. Bei dem Damm erschreckte sie ein Bauer. Aber was ist mit ihnen? Psirkow, bleich wie die Leinwand, stand auf und schwankte. Mir ist so schwül, sagte er. Gut, meinetwegen. Aber ich will hinaus, bitte. Psirkow wurde hinausgeführt. Endlich hat er gestanden, sagte Tschubikow, sich süßstreckend. Hat sich verraten. Habe ich's nicht geschickt angefangen. Einfach konfus gemacht. Und auch die Frau in Schwarz leugnet er nicht, lachte Tsiukovsky. Aber mich quält übrigens furchtbar das schwedische Zündholz. Ich kann es nicht länger aushalten. Adieu, ich fahre. Tsiukovsky setzte sich die Mütze auf und fuhr weg. Tschubikow begann, die Akulka zu vernehmen. Akulka erklärte, dass sie überhaupt von nichts wisse. Ich habe nur mit ihnen gelebt und sonst mit niemand, sagte sie, mit ihren buttrigen Augen schelmisch lachend. Gegen sechs Uhr abends kehrte Tsiukovsky zurück. Er war aufgeregt wie noch nie. Seine Hände zitterten so stark, dass er nicht imstande war, seinen Paläto aufzuknöpfen. Seine Wangen glühten. Man sah, dass er nicht ohne eine Neuigkeit zurückgekehrt war. Weni, wie die Viki, sagte er, in Tsiukovs Zimmer stürzend und ließ sich in einen Sessel fallen. Ich schwöre Ihnen bei meiner Ehre, dass ich anfange, an meine Genialität zu glauben. Hören Sie zu, dass Sie der Teufel hole. Hören Sie zu und staunen Sie, alter Herr. Komisch und traurig. In Ihren Händen befinden sich schon drei. Nicht wahr? Ich habe den vierten gefunden oder richtiger, die vierte. Denn es ist eine Frau. Und was für eine Frau. Zehn Jahre meines Lebens würde ich hingeben, um nur ihre Schultern berühren zu können. Aber hören Sie, ich fuhr nach Klerusowka und begann, um das Gut eine Spirale zu beschreiben. Unterwegs besuchte ich alle Kramläden und Dorfschenken und fragte überall nach schwedischen Zündhölzchen. Nirgends gab es welche. Ich fuhr und fuhr. Zwanzig Mal verlor ich die Hoffnung und ebenso oft gewann ich sie wieder. Den ganzen Tag trieb ich mich herum und erst vor einer Stunde fand ich das Gesuchte. Drei wärst von hier. Man reicht mir ein Päckchen von zehn Schachteln. Die zehnte Schachtel aber fehlt und ist nicht zu finden. Ich frage gleich, wer hat diese Schachtel gekauft? Die und die. Sie gefielen ihr das Zischen. Mein Herzchen Nikolai Jirmalaic. Was zuweilen ein Mensch, der aus dem Seminar gejagt worden ist und sich mit Kriminalliteratur vollgesogen hat machen kann, ist kaum zu fassen. Von heute an beginne ich, mich zu achten. Nun fahren wir. Wohin denn das? Zu ihr, zu der vierten. Wir müssen eilen, sonst vergehe ich vor Ungeduld. Wissen Sie, wer es ist? Die junge Frau unseres Amtshauptmanns, des alten Jevgraf Kuzmitsch. Olga Petrovna ist es. Sie hat die Schachtel gekauft. Sie? Du, sie? Verrückt? Sehr einfach. Erstens raucht sie. Zweitens ist sie bis über die Ohren in Klausow verliebt. Er hat ihre Liebe wegen irgendeiner Akulka zurückgewiesen. Rache. Jetzt erinnere ich mich, wie ich sie einmal beide in der Küche hinter der Scheidewand angetroffen habe. Sie überschüttete ihn mit Schwüren, während er rauchte und ihr den Rauch ins Gesicht paffte. Aber fahren wir schnell, sonst wird es dunkel, fahren wir. Ich bin noch nicht so verrückt, um irgendeinem grünen Jungen zuliebe in der Nacht eine anständige Dame aus der Gesellschaft zu beunruhigen. Anständige Dame? Ein Lappen sind sie also und kein Untersuchungsrichter. Noch nie habe ich mich unterstanden, sie zu beleidigen, aber jetzt zwingen sie mich dazu. Lappen, Schlafmütze, Nun, mein Herzchen, Nikolai Jermalajic, ich bitte sie. Der Untersuchungsrichter machte mit der Hand eine Geste und spuckte aus. Ich bitte sie. Ich bitte sie nicht um meinetwegen, sondern im Interesse der Rechtsprechung. Ich flehe sie an. Erweisen sie mir doch einmal im Leben einen Gefallen. Dziukowski sank auf die Knie. Nikolai Jermalajic, nun seien sie so gut. Nennen sie mich einen Schuft, einen gemeinen Kerl, wenn ich mich in Bezug auf diese Frau irre. Denken sie doch, was das für eine Sache ist, was für eine Sache. Der reine Roman durch ganz Russland wird ihr Ruhm gehen. Man wird sie zum Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten ernennen. Verstehen sie es doch, sie unvernünftiger Alter. Der Untersuchungsrichter machte ein finsteres Gesicht und streckte unschlüssig die Hand nach dem Hut aus. Na, dass dich da Teufel, sagte er, fahren wir. Es war schon spät, als der Charabance des Untersuchungsrichters vor der Tür des Amtshauptmanns hielt. Was sind wir doch für Schweine, sagte Tchubikow, die Glocke ziehend. Beunruhigen nur die Leute. Schad nichts, schad nichts, haben sie nur keine Angst. Wir können ja sagen, dass uns eine Sprungfeder am Wagen gebrochen ist. Tchubikow und Jukowski wurden auf der Schwelle von einer großen stattlichen Frau von etwa 23 Jahren mit pechschwarzen Augenbrauen und fetten roten Lippen empfangen. Es war Olga Petrovna selbst. Ah, sehr angenehm, sagte sie über das ganze Gesicht lächelnd. Sie kommen gerade zum Abendessen. Mein Jevgraf Kuzmitsch ist nicht zu Hause, ist wohl bei dem Popen sitzen geblieben. Wir kommen aber auch ohne ihn aus. Setzen Sie sich, Sie kommen wohl von einer Dienstreise. Ja, bei uns, wissen Sie, ist eine Feder gesprungen, begann Tchubikow in den Salon tretend und sich in einen Lehnstuhl setzend. Sie müssen gleich überrumpeln, flüsterte ihm Djukowski zu. Überrumpeln Sie sie. Wagenfeder, ja, da fuhren wir denn hier an. Überrumpeln Sie sie, sage ich Ihnen, wenn Sie viel Sprünge machen, schöpft Sie Verdacht. Na also, machen Sie, was Sie wollen. Befreien Sie nur mich davon, flüsterte Tchubikow aufstehend und an das Fenster tretend. Ich kann es nicht. Sie haben die Suppe eingebrockt. Löffeln Sie sie auch aus. Ja, eine Wagenfeder, begann Tchubikow an die Frau Amtshauptmann herantretend und seine lange Nase runzelnd. Wir sind eigentlich nicht dazu gekommen, um zu Abend zu essen und auch nicht zu Jevgraf Kuzmitsch. Wir sind gekommen, um Sie, gnädige Frau, zu fragen, wo befindet sich Mark Ivanovic, den Sie ermordet haben. Was? Was für ein Mark Ivanovic, stammelte die Frau Amtshauptmann und ihr Gesicht überzog sich plötzlich mit dunklem Rot. Ich, ich verstehe nicht. Ich frage Sie im Namen des Gesetzes. Wo ist Klausow? Wir wissen alles. Durch wen? fragte leise die Frau Amtshauptmann, die Tchukowskis Blick nicht länger ertragen konnte. Belieben Sie uns zu sagen, wo er ist? Aber woher wissen Sie es? Wer hat es Ihnen erzählt? Wir wissen alles. Ich verlange es im Namen des Gesetzes. Der Untersuchungsrichter durch die Verlegenheit der Frau Amtshauptmann ermuntert, trat an sie heran und sagte, zeigen Sie ihn uns und wir werden gehen, sonst aber. Wozu brauchen Sie ihn denn? Wozu diese Frage, meine Gnädige? Wir bitten Sie ihn uns zu zeigen. Sie zittern, sind verwirrt? Ja, er ist ermordet und wenn Sie es wollen, von Ihnen ermordet. Ihre Genossen haben Sie verraten, die Frau Amtshauptmann erbleichte. Gehen wir, sagte sie leise, die Hände ringend. Er ist bei mir, im Dampfbad versteckt. Aber um Gottes Willen sagen Sie es nicht meinem Mann. Ich flehe Sie an, er würde es nicht überstehen. Die Frau Amtshauptmann nahm von der Wand einen großen Schlüssel und führte ihre Gäste durch die Küche und den Flur auf den Hof. Auf dem Hof war es dunkel, ein feiner Regen sprühte. Die Frau Amtshauptmann ging voraus. Tschubikoff und Sukowski schritten hinter ihr durch das hohe Gras einher und atmeten den Geruch wilden Hanfs und des Spülwassers ein, das unter ihren Füßen aufspritzte. Der Hof war sehr groß. Bald hörte das Spülwasser auf und die Füße fühlten aufgeackerte Erde. In der Dunkelheit zeigten sich die Silhouetten von Bäumen und zwischen den Bäumen hindurch ein kleines Häuschen mit schiefem Schornstein. Das ist das Badehaus sagte die Frau Amtshauptmann aber ich flehe sie an sagen sie niemand was davon. Als Tschubikoff und Tsiukowski an das Badehaus herangetreten waren sahen sie an der Tür ein riesiges Vorhängeschloss. Nehmen sie das Lichtende und das Zündhölzchen heraus flüsterte der Untersuchungsrichter seinem Gehilfen zu. Die Frau Amtshauptmann öffnete das Badehaus und ließ ihre Gäste ein. Tsiukowski zog ein Zündholz auf und erleuchtete den Vorraum. Mitten im Raum stand ein Tisch auf dem Tisch neben einem kleinen dickbäuchigen Samovar stand eine Suppenterrine mit kaltgewordener Kohlsuppe und eine Schüssel mit den Resten einer Soße. Weiter Man trat in das nächste Zimmer in das Dampfbad ein dort stand ebenfalls ein Tisch auf dem Tisch befanden sich eine große Schüssel mit einem Schinken eine Flasche Schnaps Teller Messer Gabeln. Aber wo ist denn er? Wo ist der Ermordete? fragte der Untersuchungsrichter. Er ist auf der oberen Schwitzpritsche flüsterte die Frau Amtshauptmann immer noch bleich und zitternd. Tsiukowski nahm das Lichtende und kletterte zu der oberen Pritsche hinauf. Dort erblickte er einen langen menschlichen Körper der regungslos auf einem großen Daunenfühl lag. Der Körper schnarchte leise. Man hält uns zum Besten. Hol's der Teufel! schrie Tsiukowski. Das ist ja gar nicht er. Hier liegt irgendein lebendiger Laban. Hey, wer sind sie, dass sie der Teufel hole? Der Körper zog pfeifen die Luft in sich hinein und begann sich zu regen. Tsiukowski stieß ihn mit dem Ellenbogen. Der Körper streckte die Hände in die Höhe, reckte sich und hob den Kopf. Wer kriecht da herum? fragte ein heiserer, schwerer Bass. Was willst du? Tsiukowski hielt das Lichtende an das Gesicht des Unbekannten und schrie auf. An der dunkelroten Nase, an dem zerwühlten, ungekämmten Haar, an dem pechschwarzen Schnurrbart, von dem die eine Seite schneidig aufgedreht war und frech zur Decke emporstarrte, erkannte er den Kornett Klausow. Sie? Mark Ivanovich? Unmöglich! Der Untersuchungsrichter sah zur Pritsche auf und erstarrte. Ja, das bin ich und das sind Sie, Tsiukowski. Was für einen Satan suchen Sie denn hier? Und was ist denn da unten noch für eine Fratze? Nanu, der Untersuchungsrichter, wo kommt ihr denn her? Klausow stieg schnell herab und umarmte Dschubikow. Olga Petrovna glitt zur Tür hinaus. Wo kommt ihr denn her? Trinken wir eins drauf. Hol's der Teufel, trattert die dort, Tom! Trinken wir eins. Wer hat euch übrigens hergebracht? Woher wusstet ihr, dass ich hier sei? Übrigens egal, trinken wir. Klausow zündete die Lampe an und goss drei Gläser Schnaps ein. Das heißt, ich verstehe dich nicht, sagte der Untersuchungsrichter mit einer ratlosen Gebärde. Bist du es oder bist du es nicht? Ist gut, ist gut, willst mir wohl eine Moralpredigt halten? Gib dir nicht die Mühe, Jüngling Tsiukowski, trink dein Glas, Gaudiamus Igetur, was gafft ihr, trinkt! Immerhin kann ich es nicht begreifen, sagte der Untersuchungsrichter sein Glas mechanisch austrinkend. Warum bist du hier? Warum soll ich denn nicht hier sein, wenn es hier gut ist? Klausow trank aus und nahm ein Stück Schinken als Sakuska. Ich lebe bei der Frau Amts Hauptmann, wie du siehst, in der Wildnis und Einöde, wie so ein Geist, trink, sie tat mir leid, mein Wester, kriegte Mitleid mit ihr und lebe jetzt hier, in dem verlassenen Badehause, wie so ein Einsiedler, ernähre mich, in der nächsten Woche will ich mich nach Hause packen, es wird schon langweilig. Unbegreiflich, sagte Tsiukovsky, was ist denn dabei Unbegreifliches? Unbegreiflich, um Gottes Willen, wie ist denn ihr Stiefel in den Garten gekommen? Was für ein Stiefel? Wir fanden den einen Stiefel im Schlafzimmer und den anderen im Garten. Wozu braucht ihr denn das zu wissen? Geht euch nichts an? Aber trinkt doch, dass euch der Teufel hole. Habt ihr mich aufgeweckt, dann trinkt wenigstens. Eine nette Geschichte, mein Bester war dies mit diesem Stiefel. Ich wollte nicht zu Olia gehen, war nicht aufgelegt, weißt du, etwas angeduselt. Sie kommt zu mir unters Fenster und beginnt zu schimpfen, weißt du, wie die Weiber überhaupt, ich knall wie ich war, nehme einen Stiefel und schmeiß ihn nach ihr. Schimpf nicht, mein Schätzchen. Sie kletterte zum Fenster herein, zündete die Lampe an und begann mich vollen Kerl zu kneten, prügelte mich durch, schleppte mich hierher und schloss mich ein. Jetzt Der Untersuchungsrichter spuckte aus und ging zum Badehaus hinaus. Ihm folgte mit gesenktem Haupte Dziukowski. Beide bestiegen sie schweigend den Charabans und fuhren ab. Noch niemals war ihnen der Weg so weit und langweilig erschienen wie diesmal. Beide schwiegen. Dziukov zitterte den ganzen Weg vor Wut. Dziukowski verbarg sein Gesicht im Kragen, als fürchtete er, dass die Dunkelheit und der Sprühregen auf seinem Gesicht die Beschämung lesen könnten. Zuhause angelangt, fand der Untersuchungsrichter bei sich den Doktor Tchutchuyev vor. Der Arzt saß am Tisch und blätterte seufzend in der Niva. Was nicht wieder alles los ist, sagte er den Untersuchungsrichter mit einem trüben Lächeln begrüßend, wieder Österreich und auch Gladstone gewissermaßen. Tchubikow warf seinen Hut unter den Tisch und erbebte. Teufelskelett, lass mich in Ruhe, tausendmal habe ich dir gesagt, dass du mir nicht mit deiner Politik kommen sollst, hab was anderes im Kopf und dir, wandte sich Tchubikow an Tchukowski die Fäuste ballend, dir verzeihe ich das nie im Leben. Aber das schwedische Zündholz, wie konnte ich denn wissen, dass du an deinem Zündholz erstickst, gehe und ärgere mich nicht, sonst mache ich aus dir, weiß der Teufel was, dass ich deinen Fuß hier nicht sehe. Tchukowski fuhr zusammen, nahm seinen Hut und ging. Ich gehe und sauf mich voll, beschloss er, als er zum Tor hinaus war und schlenderte betrübt dem Wirtshaus zu. Als die Frau Amtshauptmann aus dem Badehause zurückkehrte, fand sie im Salon ihren Mann. Wozu war der Untersuchungsrichter hier? fragte der Mann. Er war gekommen, um zu sagen, dass Klausow gefunden sei. Er war gar nicht ermordet, im Gegenteil, er lebt und ist gesund. Stelle dir vor, man hat ihn bei einer fremden Frau gefunden. Ach, Margivanic, Margivanic, seufzte der Amtshauptmann die Augen zur Decke erhebend, habe ich dir nicht gesagt, dass Liederlichkeit zu nichts Gutem führt? Nein, wolltest auf mich nicht hören.